Mit Igo zu arbeiten ist sehr lustig, weil er von Deutsch spricht und mit den Schülern nicht kommunizieren kann. Andererseits, wenn ich zu ihm sage, du alter Esel, mindest es mir auch nicht immer. Du alter Esel. Bitte? Wir beginnen mit Prokofiev. Das Lied heißt Traum und Prokofiev schrieb es, als er aus Paris zurückkehrte. Da hat man ganz deutlich französische Einflüsse. Es klingt wie Debussy, aber er hat ein Dorflied genommen und es auf subtile Weise vertont. Und ich sage das, weil zum Beispiel der Pianistin konnte das Lied nicht und dachte, singt er denn mit so einer festlichen Stimme? So singen es aber, die Frauen. Wenn die Nacht lang ist und der Liebste sich nicht zeigt. Die Dörf. Die Dörf. Die Dörf. Die Dörf. Musik 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 Oh, 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 oh Vielen Dank.